Ayo YouTube und willkommen zu einer neuen Runde Supercraft Bros. Heute mit dem... ...Kavalierpirat! Und dem... Reifegeil! Päh! Ey päh! Okay, alles klar. Ich will erst sagen her, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Penis. Und unser Neuling Kavalierpirat hat noch nie eine Runde gespielt, wenn ich das richtig verstehe. Ja? Was muss ich hier tun? Die anderen töten. Du musst dir erstmal eine Klasse auswählen. Jetzt sofort? Wir haben verschiedene Eigenschaften. Okay. Wer ist overpowered? Ich. Ähm, Creeper. Sicher? Ja, Creeper ist total overpowered. Blaze ist auch nicht schlecht. Ich vertraue dir kein Stück, ey. Ach, Creeper ist die absolute OP-Rasse. Du hast mich schon so oft reingeritten. Ich nehme Enderman. Habe ich überhaupt nicht. Ja, super. Nimmst du gerade Enderman. Hängt von der Arena ab. Wo muss ich lang? Was ist da los? Erstmal nix. Erstmal wird alles für dich erledigt. Ah, 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 ah. Du solltest auf jeden Fall alles ausrüsten, was du da hast. Okay. Du hast schon mal für Enderman eine richtig gute Arena erwischt. Aber leider auch für Blaze. Das heißt, Ralf... Oh, wir haben alle drei richtig gute Arena. Ja, und was mache ich jetzt mit den scheiß Ender-Augen? Töten! Töten! Alter! Mit den Ender-Augen kannst du dich überall hin teleportieren. Und dieses... Ne, mit den Ender-Perlen. Und dieses Ender-Auge, was du im Inventar hast, das sorgt dafür... Damit kannst du schlagen. Das ist praktisch wie ein Schwert. Ich back hier total rum gerade. Okay. Warte mal. Hä? Warum back ich hier rum? Ich verstehe... Alter, ich verstehe das so gar nicht. Der Pirat, der voll Arsch, ey. Da oben ist irgendwie so ein Punktestand, Alex. Daran erkennst du gerade, dass du mich getötet hast. Aha. Ja, natürlich. Ich konnte gerade nicht springen. Warum habe ich hier irgendwelche Samen aufkommen? Samen im Darm. Ich habe Samen im Darm. Okay, alles gleich. Müssen sie mich erstmal konzentrieren. Komm her, du Schwein! Nein, wow! Warum leckt denn das so rum hier? Nein, wieso bin ich tot? Was soll das? Bei dir leckt es auch? Ja, ein bisschen. Wow. Was passiert hier? Was soll das? Kleine Problem mit... Mann! Das ist doch billiger. Längst dann richtig scheiße, wenn du snipern willst. So, komm. Kaputt mit dir! Ha! Oma! Das warst du kaputt. Jetzt hast du einen Skin. Ne, Quatsch. Du hast ja die Rüstung an. Ja. So, zack. Verpiss dich, Ralf. Ja, komm. Bist du dich. Ui! Nein! Ich bin der runtergesprung, Idiot! Verdammte Axt, ey. Okay, pass auf. Ich sniper den jetzt weg. Und? Wo ist eigentlich der Rumpi hier? Der kämpft die ganze Zeit rum. Der ist voll nicht im Fight, ey. Kämpfe rum, genau. Irgendwo wieder rumcampen hier in der Ecke. Richtig. Ah, natürlich. Da wo sonst, ey. Hey! Weg da! Ja, das war doch klar, ey. Dass der Rump da wieder rumhängt. Ich renne lieber einfach mal weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, nein! Der Typ ist da! Nein, 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 nein! Ich seh keinen! Ach doch, da seid ihr. Nein, 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 nein! Ah, komm, bitte! Stürz! Nein! Ich hab dich auch noch erwischen. Das ist unmöglich. Ach du mit einer dreckigen Änderperle! Verpiss dich, ey! Du bist echt... Da kam die Pirates noch schlimmer als Trump, ey! Beide am Apfel, ey! Hey, verpiss dich! Ich bin einfach ein Skiller in jedem Spiel, weißt du? Nein, 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 nein. Und? Hab ich dich? Du lass mich in Ruhe. Ah, Mann, der ist weggelaufen, der Ralf. Nein! Ah! Ey, tötet euch doch mal, komm. Greift euch doch mal selbst an, ey. Nicht immer mich. Ich back einfach zu sehr hier rum. Das ist unglaublich. Ich kann ja nicht hochspringen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Geil, ich habe jetzt auch noch meine Sachen weggeschmissen, oder was? Das wird ja immer besser, ey. Ich habe jetzt nur noch eine Hose. Ey, nein, 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 nein. Wie kommt der da hoch, dieser scheiß Kaktus? Stirb. Unglaublich, ey. Alter, ich, ich, ich. Das ist doch... Weißt du, guck mal. Ich schwäche den und der Pirat stoppt wieder ab, die Missgeburt, ey. Ja, ja, natürlich. Missgeburt. Junge. Junge, das sind wir zusammen. Bisschen Respekt hier vor dem Alter. Genau. Eine der tollsten Argumentationen aller Zeit. Ja, klar, komm. Fand ich schon immer geil, wenn Leute sagen, dass ich bin älter, du musst Respekt vor mir. Allgemeinen Respekt vor allem. Nein. Nein, 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 nein. Fick dich. Na gut. Du Enderpellen-Schlampe, ey. Wo bist du hin? Was soll das denn? Ah, das ist... Wie übel OP diese scheiß Enderpelle ist, ey. Jetzt bin ich schon tot, oder was? In anderen Arenen bist du damit total gearscht, aber ich kann gerade echt nichts machen. Also das Gelänge hier hat mich auch gerade ein bisschen fertig gemacht, ey. Kann ich nicht mehr... Wirklich? Mann! Ja! Mann, da steht aber nicht, dass ich dich erschossen hab. Alter. Was mach ich denn jetzt? Was passiert eigentlich hier? Ja, und wie... Wann hab ich gewonnen? Wer ist Player 4? Und wer bin ich? Wo bist du überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Also ich hab noch ein paar Leben. Ralf, willst du raus? Oh ja, ich bin tot und dieser Vollidioten... Der steht jetzt auch in meiner Sicht drum. Ich könnte so kotzen, ey. Okay, dann sind es hier. Dann sind es jetzt nur Ralf und... Äh, Ralf und ich. Alex und ich. Ey, verpissst du dich jetzt mal, du Chicken-Arschloch, ey? Ey. Chicken-Arschloch. Wo kommst du her? Also du warst doch gerade hier. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Nein, der Alex war gerade hier. Ja, dann tötet euch doch. Oh nein, 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 nein. Ja, der Pirat hat es verdient auf jeden Fall. Ein Leben habe ich noch. Ja, eins habe ich noch. Ein paar mehr hat der Alex, aber egal. Mach dich trotzdem fertig. Spoil-Opfer's. Mach dich trotzdem fertig. Ich spoil-Opfer's. Guck mal, guck mal, wie der Rum da rumkämmt. Ups. Hopp, Pirat, renn hin und mach ihn kalt. Alter, wie episch. Der eine versteckt sich, der andere kämmt da oben rum. Ich kann nicht springen. Ich kann überhaupt nicht gewinnen. Ja, das ist richtig. Das mit dem Springen ist echt kacke hier gerade, ne? Das ist voll am Ablecken irgendwie. Leckt voll ab, ey. Hacking is not permitted. Leck mich. Was ist nicht permitted? Jumping? Ich hacke gerade, Leute, wisst ihr? Du bist so ein Cheater, ey. Der Rump ist so bekannt fürs Hacking. Und dann auch noch in der Aufnahme, ne? Ich sollte mich etwas schämen. Hast du wieder Notos an, ne? Warum kämpfst du da rum? Ja, weil ich es kann. Hoppirat, jetzt rush hin und mach ihn fertig. Schmeiß ihn einfach runter und das ist vorbei. Geil, das Spiel ist vorbei. Ne, ist ja gar nicht. Wärst du ein Player 1, wärst du in Rot. Ne, Alex hat nur, ich hab glaube ich nur ein Leben. Auch sehr gut drauf, Alex. Haut auf, weiter, weiter. Ich kann in die Wand nicht hoch springen. Springen und schlagen. Einfach. Oh, der lebt noch. So bitter. Ich kann einfach nur rennen. Versteckt euch nicht hinter der Mauer. Ich seh nix. Komm, gib Gas, Alex. Ohne dir. Hui. Einer noch, einer noch. Oh, das steht dir da oben rum, ey. Wie Sau. Sau, ey. Alex, du kannst doch so gegenstände einsamen, da gibt es so Pokebälle, da kannst du so, ja, Sachen scheuten lassen. Oh, und, oh, beider wäre runtergeflogen. Da hat auch glatter Pirat gewonnen, meinen wir. Vielleicht können wir nächste Runde mal Alex freispielen. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Bis dann. Tschüss. Ciao.